Nach alter Tradition möchte ich euch, liebe Cornelia, liebe Arthur, einen symbolischen Schlüssel übergeben, aus Brot, weil Brot und Salz geht der Hals. Zur Eröffnung von Gass und möchte euch noch einmal ganz, ganz herzlich danken für die tolle Zusammenarbeit, die sicher noch länger geht, für die tolle Freundschaft aber auch, für die langen, unzähligen Sitzungen, die manchmal streng waren, aber immer zu einem super Resultat geführt haben. Herzlichen Dank! Drieke! Darling! Darling! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.